So und damit hallo und herzlich willkommen wieder zu diesem Video. Es ist ein kleiner Zusammenschnitt von GTA, wo ich keine wirkliche Begrüßung und wirklich kein Ende gemacht habe. Deswegen seht ihr mich hier jetzt so und am Ende auch nochmal so, aber das sollte eigentlich zu entschuldigen sein. Falls euch das Zusammenschnitt gefällt, lasst doch bitte ein Like da, würde mich auf jeden Fall freuen. Wenn wir die 15 Likes knacken, die 20 Likes knacken, mal schauen wie wir es so handhaben werden, werde ich nochmal so einen Zusammenschnitt machen, weil der hat mir echt Zeit gekostet, hab ein bisschen Aufwand reingesteckt. Ich hoffe, euch gefällt er. Wir sehen uns dann. Bis dann. Ciao. Er hat gerade hingegriffen, hat dann gecheckt, dass keine Tür... Nein, 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 steck aus. Hast du keine Haftbombe reingemacht? Deswegen bist du weggerannt, dachte ich mir. Ja, da stelle ich jetzt nicht mehr hin. Ja, komm, fahr mir rein und lass es explodieren. Hast du doch vor, oder? Also, das ist alles. Ich hab's nicht mehr drauf. Ich hab's nicht mehr drauf. Wie bist du denn? Nein, 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 nein! Easy. Du bist so'n Penner einfach. Ups. Alter! Das ist mal wirklich Weil Kamera und so ist Und dann auch noch Aufnahmen und so Musst du immer so versuchen Die Schauspieler zu reden Aua, das tat aber weh, Mann Richtig schlecht Aua, mein Bein Mein Lieblingsfinger Alter, dieser Tiroitsch Als ob der irgendwie wirklich So irgendwie über ein Melone Fahren muss oder so Richtig so Jetzt geht es im Passivmodus Das Stück Scheiße Der sagt sogar nur so You fucking kidding me Geht im Passivmodus Weil ich nicht abknallen will Auto geht schon gar nicht mehr so geil Doch, der driftet sehr gut Das schon, ja Wow, der kann drift, ja Junge, die drift, ja Jetzt so richtig Kinomäßig Was? So richtig Kinomäßig Ich hab gerade die Kinokamera an Brauch ich auch Nennt man das Kinokamera in First Person? Nein, nicht First Person Sondern wirklich R drücken Achso Ne, das find ich nicht cool Du bist sehr mildlich, Dawn Wie tauch ich denn? Eben bin ich doch getaucht Lass mich tauchen, Mann Du Fixer, du Du sollst mich tauchen lassen, Mann So, jetzt tauchst du doch eh Alter, Maul Da will man helfen Alter, dieses Auto Dieses Auto Warum fährt dir nichts da weg? Alter Ich hab's ja mal da für die Unterseckdopfen Ich hab ne Karre, die ist viel cooler als deine Wo denn? Au Au Hallo Nein, au Ah, schön, ey Eigentlich so ein Copyright Ding ins Reim Alter, pissen mal Ich wollte die fette Schlampe wegschlagen Du Fatze Lass sie in Ruhr fahren Hier ist die Presse bloß Lass sie in Ruhr, Alter, Junge Ich hab's nicht gehalten kann Ich hab's umgeflogen Hast verdient, Alter Jetzt liegt die da tot rum Mit ihrem Arsch nach vorne Als wär so Süßigkeiten auf den Boden gelegen Und sie catcht sich rein So, Maul Das ist seins Hä, warum liegt das einfach da? Lass sie Loll, der lebt noch Ey, hör auf mich abzuschießen, Mann Lass Wieso fahren die alle so wild rum? Ach, aua Ja, ja, genau Du weißt mein Schissen voll schön aus Rennst du mir an, der Typ fährt dir richtig rein Dann können wir keine Jobs machen Nee Schade Aber wir können Saft trinken Die ganze Zeit Am 20. oder so Der Saft macht so süchtig Das war gar nicht einfach Das ist dein scheiße ernst von dem Spiel Wenn du ne fucking Shisha rauchen Ha So recht nicht Ja, wie du jetzt Ha Das ist doch mal angenehm, ey Du, total, das ist einfach Ah Ah, Luft rauchen Geil, Alter Gott, Alter So wie Luftgitarre gibt's ne Luft Shisha E für noch ein Whisky oder E Ah Leu, wie die Flüssigkeit einfach da drin aussieht Wenn du First Person nicht machst, ne Mach doch First Person, Mann Jetzt So, ich mach ihm nach Er trieb das Glas gar nicht mehr, weil ich so fertig bin Liegt gleich unglaublich Ah Jetzt ist die Sicht auf den Flieger wirklich komplett anders Alter, das sieht einfach so scheiße aus, ne Was zum Dicht Au Wieso nimmst du keinen Saft? Ich dachte, du wärst ein Gewinner Ruf mir Bruce, die andere da Aua Mann, reicht auch langsam mal wieder, danke Oh, vom Auto gefahren worden, ey What the fuck So, 220 für mich Aua, nochmal vom Auto mitgenommen worden, aua Verdienest du das Der Andres Hi Alles voll von Nebel Voll geil Ach, Mann, ey Was ist das denn? Wer hat eine Haftbombe? Hab ihn Er hat die explodiert und sein Auto ist in der Opo und in der Luft gegangen Nice Geil Ja, zuerst schlage ich über die anderen beiden nieder, bevor die anderen Alter Den wird niemand wieder blieben Den Huyks so niedergeschlagen, ne Die greifen mir an, statt an den zu helfen, ne Die greifen mir erstmal an Den Huyks so niedergeschlagen, ihr habt das ja umgefallen ist und voll mit dem Kopf gegen die Wand Ja, das geht Ich weiß es nicht Boots Hupsi, wir müssen ihn behandeln, warte Wir müssen ihn behandeln, wir sind ja Krankenpfleger, Ärzte Hast recht So Passt Äh Ja, ich bin wieder bei dir, hallo Ja, ich seh dich hier Ja, überlebt es einfach Aua Aua Überlebt halt alles Aua Das hättest du mal sehen müssen, ey Ich hab genau perfekt gesehen, wie der so volle Kanne gegen ne Wand geklatscht ist Mit dem Gesicht und lang gerieben ist da, ne Und da genau so gesehen, ey Komm Loll So n Wichs, Alter Schlag, schlag Alter Alter Ruf dich mal Bist du so dumm, Alter Ist das cool Ja Das hast du verdient Du kleiner Wichser, Mann Au Das war's auch mit diesem Video schon Ich wollte einfach nur mal so einen kleinen Zusammenschnitt machen Der hat mir wirklich beim Schneiden viel Spaß gemacht Und falls ihr noch mal wirklich mehr sehen wollt von so einen Zusammenschnitten Wirklich einfach nur vielleicht von Rennen Oder halt auch von sowas wie jetzt eben gerade Denn lass doch gerne eine positive Bewertung da Wir sehen uns dann Bis dann Ciao